Black Ops 2 Nuketown 2025 Team Deathmatch Ich wurde in einem meiner letzten Videos gebeten mal die FAL oder SMR auszuprobieren und ja, ich hab mir die SMR mit dem Schaft schneller ziehen und Rotpunkt Visier So, dann werden wir mal sehen was auf Nuketown damit abgeht Team Deathmatch Nuketown Das geht natürlich richtig ab hier Scheiße, erstmal in Ruhe nachladen Okay, die haben uns am Rand, die sind in unserem Haus Wir werden ja gerade ziemlich erobert Wenn ich jetzt hier rausgehe, dann sterbe ich sicherlich Ist irgendwo ein Sniper in unserem Haus Natürlich nur ein Assist So muss das natürlich sein So wie es aussieht, gammeln die alle im Haus Nice Hunter Killer Ninja Moves Oh mein Gott, Alter, dass ich das echt überlebt Jetzt kann ich in Ruhe nachladen 8-0, so muss es sein Fuck, hier ballert jemand durch die Mauer Scheiße Er hat bestimmt noch Target-Fahnder Ja Das sind die Besten Das sitzt bestimmt immer noch dort hinten Gammelt sich die Eierwand Nachladen Okay, wir haben ein Orbital Okay, der hat mich natürlich instant vernichtet Orbital ist schon Echt eine krasse Killstreak Alter, der hat den anderen abgeschossen Und hat mich üßt Sehr schön Oh shit Oh mein Gott, ey Warum stirbst du denn nicht? In der Nahkampf ist sowas wie die SMR oder FL doch dann Ziemlich schlecht Aber Ich denke mal die Stats gehen eigentlich nur Ich habe jetzt gar nicht nochmal geguckt, aber Das ist irgendwann Vergiss es, Mann Hunter Killer Schön hat jemanden getroffen Der Tisch mir sein Messer am Stopp Sehr nice, sehr nice Oh Mann, das war richtig schlecht Das war richtig schlecht Ach fuck, warum mache ich mal ein UAV? 21 zu 3 7er KD Ja, das war schon relativ Knackig Last Kill gucken wir uns natürlich noch an Ja, der Sniper hier Oh, da bin ich sogar noch im Bild Schön durch die Tür Ja, das war eine schöne Runde Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert Und ja, bis zur nächsten Runde Ja, das war schon